Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der kleinste Reich der Himmel ist größer als er. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, der kleinste Reich der Himmel ist größer als er? Und warum sagt Jesus überhaupt unter denen, die von Frauen geboren sind? Ich meine, ist nicht jeder von Frauen geboren? Aber hier ist das Ding. Wenn wir im Reich der Himmel sein werden, wenn Jesus unsere sterblichen Leiber auferweckt, und wenn wir im Reich der Himmel sein werden, dann werden wir nicht mehr von Frauen geboren sein. Unsere Leiber, unsere Körper werden auferweckt. Es wird gesät, ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Und Gott wird unsere Leiber verwandeln, sagt die Bibel. Das heißt, ja, wir werden auferstehen. Unsere Leiber werden buchstäblich auferstehen, aber sie werden verwandelt. Und es werden geistliche Leiber. Also der neue Leib, der verwandelte Leib, den wir in der Auferstehung bekommen werden, das wird kein Leib mehr sein, der von Frauen geboren ist. Sondern dieser Leib wird dann zu 100% aus Gott geboren sein. Was ist jetzt bisher aus Gott geboren? Ist das, was du hier siehst, dieser Anselm, mein Fleisch aus Gott geboren? Nein. Als ich gerettet wurde, hat sich an meinem äußeren Erscheinungsbild nichts geändert. Hat sich an meinem Fleisch nichts geändert. Ich habe immer noch denselben Körper, ich habe immer noch dieselbe sündhafte Natur. Aber gleichzeitig, als du gerettet wurdest, hat Gott in dir eine neue Kreatur erschaffen. Den inneren Menschen, den neuen Menschen. Dein Geist wurde gerettet. Dein Geist ist aus Gott geboren. Dein Fleisch ist noch nicht aus Gott geboren. Dein Fleisch ist immer noch von Frauen geboren. Dein Fleisch ist immer noch zu 100% rein biologisch von dieser Erde, aus dieser Natur. Nur dein Geist ist aus Gott geboren. Dein Geist kommt sofort in den Himmel, wenn du stirbst. Dein Leib, den du hast, der wird verrotten. Gott wird ihn aber auferwecken, wird ihn verwandeln. Es wird ein geistlicher Leib daraus. Ein Leib, der zu 100% aus Gott geboren ist. Sodass wir dann im Reich der Himmel, wenn unsere Leiber auch auferstanden sind, zu 100% aus Gott geboren sein werden und nicht mehr von Frauen geboren sind. Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Teufel. Also, was sagt Jesus damit? Unter denen, die zu Johannes' Lebzeiten auf dieser Erde gelebt haben, war Johannes der Größte zu seinen Lebzeiten. Doch der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Denn wenn wir im Reich der Himmel sein werden, dann werden wir eben zu 100% aus Gott geboren sein und nicht mehr sündigen. Und da kannst du im Himmel der größte Loser sein, der es nicht geschafft hat, sich auch nur eine einzige Belohnung zu sammeln, der seine Lebzeiten hier auf Erden verschwendet hat. Du kannst der größte Loser sein im Himmel. Du bist besser als Johannes der Teufel zu seinen Lebzeiten. Warum? Denn im Himmel sündigen wir nicht mehr. Johannes der Teufel hat gesündigt, wie wir gerade gelesen haben in den Versen davor. Er hatte Zweifel, nicht wahr? Ich glaube schon, dass das Sünde ist. Furchtsam zu sein, Zweifel zu haben. Aber so ist das eben. Wir haben unsere Sünde auf der Natur. Dagegen, wenn wir im Reich der Himmel sein werden, sind wir sündlos. Sündigen wir nicht mehr. Nach der Auferstehung sind wir zu 100% aus Gott geboren. Und komplett ohne Sünde. Und damit ist eben der kleinste Reich der Himmel, der kann auch so klein sein im Reich der Himmel, größer als Johannes zu seinen Lebzeiten. Die Bibel sagt auch in 1. Johannes Kapitel 3 in Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, wir wissen, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wir werden Jesus Christus gleichgestaltet. Jesus Christus ist zu 100% aus Gott geboren. Er ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Denn wie wurde er geboren? Wie wurde er gezeugt? Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Deswegen ist er zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Dagegen wir, unsere Leiber, sind jetzt immer noch zu 100% menschlich, nicht aus Gott geboren. Aber wir werden Jesus gleichgestaltet werden. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm, in Jesus ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also, in Jesus Christus ist keine Sünde. Wenn wir im Geist wandeln, dann sündigen wir nicht. Weil in Jesus Christus keine Sünde ist. Aber wir haben eben immer noch unser Fleisch. Unser Fleisch wird dann aber durch die Auferstehung verwandelt werden, wird sündlos werden. Und im Himmel werden wir alle sündlos sein. Deswegen ist der kleinste Bereich der Himmel größer als Johannes der Teufel zu seinen Lebzeiten.